Der langobardische Geschichtsschreiber Paulus Diakonus erzählt im 8. Jahrhundert in seiner Historia Langobardorum von einem Ereignis, das sich um das Jahr 508 zugetragen haben soll. Zu jener Zeit saß Tato als König der Langobarden auf dem Thron und herrschte über das Feld. Damit dürfte das Gebiet von Pannonien gemeinsam eine Landschaft des heutigen Westungarn, wohin die Langobarden Anfang des 6. Jahrhunderts von Mähren zogen. Mit den benachbarten Herulan an der March war gerade erst ein Bündnis geschlossen worden, welches der Bruder ihres Königs Rodolf mit Tato ausgehandelt hatte. Auf dem Rückweg von seiner Diplomatenreise lässt Tato's hochmütige Tochter Rume Truda den herrulerischen Königsbruder Feige aus dem Hinterheld töten, weil er ihre höhnischen Beleidigungen aufgrund seiner unvorteilhaften Körpergröße nicht wortlos hat ertragen wollen. Um Rache für seinen toten Bruder zu üben, bricht Rodolf den gerade erst geschlossenen Bündnisvertrag und zieht gegen die Langobarden in die Schlacht. Während sich nun die Krieger beider Parteien auf offenem Feld begegnen, bleibt Rodolf im Heerlager und widmet sich entspannt einer Partie am Spielbrett Ad Tabulam Ludit. Der König ist ohne Zweifel überzeugt vom bevorstehenden Sieg seiner Krieger und in der Tat sind sie besonders gut ausgebildet, als kampferfahren bekannt und oft siegreich gewesen in zahlreichen Schlachten. Außer mit bedeckter Scham kämpften sie nackt, nur die Pucknabernd. Entweder, so vermutet Paulus, um sich freier zu bewegen oder aber um dem Gegner voller Hohen zu suggerieren, dass sie etwaige Wunden gering achteten. Prokop von Caesarea berichtet in seinen Perserkriegen, dass sie fast völlig ungeschützt kämpften, denn die Heruler verwenden weder einen Helm noch einen Panzer noch sonst eine Schutzwaffe, sondern tragen lediglich ein Schild und ein dickes Gewand, das sie gürten, wenn sie in den Streit ziehen. Paulus macht die nur leicht gewappneten Heruler kurzerhand nackig, wohl, damit sie sich in Rodos' übertriebener Sorglosigkeit und hoffertigem Selbstbewusstsein gleichen. Der König spielt also ganz Sikurus in sicherem Abstand. Am Brett, ohne dass er dabei das reale Schlachtfeld überblicken würde, wofür er stattdessen einen seiner Leute auf einen nahestehenden Baum steigen lässt, um das Kampfgeschehen zu beobachten und ihm den Sieg der Heruler sofort melden zu können. Wenn dieser Speer ihm aber berichtete, dass seine Krieger die Flucht ergreifen würden, wolle er ihm den Kopf abschlagen. Vor lauter Angst, sein Leben zu verlieren, antwortete der Mann demgemäß auf die wiederholte Frage, wie die Heruler kämpften, sie täten dies ganz hervorragend, selbst wenn noch als die Schlachtreihe der Heruler schon wanken sah, selbst als die Truppen schließlich der Schlacht den Rücken zukehren und von Angst gepackt die Flucht antreten, getraut er sich nicht, dem König die Wahrheit von der Katastrophe zu berichten. Stattdessen entfährt ihm ein verzweifelter Ausruf. Wei tibi misera Herulia, que calestis domini, plecteres ira. Wehe, dir armes Heruler-Volk, das durch den Zorn des himmlischen Herrschers gestraft wird. Die Gottesanrufung dürfte von Paulus frei erfunden worden sein, denn zu dieser Zeit waren die Heruler noch gar keine Christen. Nun quid fugion heruli mei, fliehen meine Heruler etwa, fragt der König zunächst nur leicht beunruhigt. Worauf sein Speer erleichtert möchte, man meinen antwortet, non hoc ego, set tu ex yt existi. Nicht ich, Herr, sondern du selbst hast das gesagt. Der König und alle Anwesenden sind derart überrumpelt von dieser unerwarteten Nachricht, die sich durch diesen Ausspruch als die Wahrheit bezeugt, dass sie, wie in solchen Fällen zu gehen pflegt, ganz unentschlossen verharrend nur noch den Tod durch die heranstürmenden Langobarden empfangen können. Ob der unglückselige Speer im Bau mit dem teuer bezahlten Leben davon kam, berichtet Paulus leider nicht. Bekanntermaßen sind überlebende Heruler zu den Langobarden übergelaufen und haben sich den Ostgoten oder Gipiden angeschlossen. Es ist ihm also nur das Beste zu wünschen. Es darf gelten, dass es dem langobanischen Chronisten in seiner Geschichte in vorderster Front darum geht, wie und warum sein Ahnenvolk so heldenhaft die sonst stets dominanten Heruler in die Flucht schlagen und besiegen konnten. Schließlich wurde deren Herrschaft dadurch für immer beendet und die Langobarden wuchsen zu einem mächtigen, ruhmreichen Volk heran. Dabei bedient sich Paulus eines Verfahrens des Erzählens sozusagen über Bande, das mitten hineinführt in unser Thema das Spielen. Paulus hätte vom Untergang der Heruler auch anders erzählen können. Prokop von Caesarea, in dessen Kindertagen sich die Schlacht ereignete, erzählt die Geschichte nämlich ganz anders. Die Heruler hatten die Langobarden zinsbar gemacht und obwohl dieser Pflicht diszipliniert nachkamen, hätten die Heruler ihren König gegen seinen Willen in den Krieg gezwungen, weil sie ihr kämpferisches Blut nicht lange Frieden halten ließ. Die Schmährungen von Tatos Bruder durch Rudolfs Tochter, von denen Paulus erzählt, treffen hier den König selbst durch das eigene Volk. Er sei feige wie ein Weib. Rudolf erklärte, ob dieser Beleidigungen seines eigenen Volkes notgedrungen den Langobarden den Krieg, die beflissen versuchten, einen Krieg abzuwenden, indem sie höhere Abgaben anboten. Die Heruler waren jedoch keiner Diplomatie zugänglich und so fanden sich die Heere in besagter Schlacht einander gegenüberstehend wieder. Die Langobarden, die schon Christen waren, warnten den unbarmherzigen Gegner, Gott wisse, wer Schuld an dem Krieg trage und werde für beide Völker die Entscheidung herbeiführen. Die Heruler, zahlenmäßig den Langobarden weit überlegen und daher siegessicher, achteten dessen gering und gingen durch den Zorn Gottes samt ihrem König unter. Von einem am Brett spielenden König, der fahrlässig sein Volk dem Untergang weit, weiß Prokop nichts. Vielmehr ist Rudolf, der widerwillig und schuldlos Opfer seines eigenen barbarischen Volkes wurde. Während Paulus Diakonos, Rudolfs Opfer, Rudolfs Verblendung der Wirklichkeit durch das Spiel in den Mittelpunkt der Todesursache stellt, ist es offensichtlich, dass Prokop daran interessiert war, die Niederlage der Heruler und unerwartete Überlegenheit der Langobarden mit der Wirksamkeit des christlichen Glaubens zu begründen, den Letztere bereits angenommen hatten, während ihm die Heruler überhaupt als die allerschlechtesten Menschen, die es gibt, gelten, die es sogar mit Männern und Eseln treiben. Ein näherer Blick auf die Szene in Paulus Historia zeigt folgendes Bild. Auf dem Schlachtfeld stehen sich die Reihen der Langobarden und Heruler gegenüber. Am Rande dessen sitzt Rudolf im Lager in Kastris gleichzeitig an einem Spielbrett, einer Tabula. Obwohl Krims deutsche Sagen Nummer 395, als welche Paulus Erzählung in die Sammlung aufgenommen wurde, Tabula als Schachttafel übersetzt, also vom mittelhochdeutschen Schachtzabel ableitet, kann es sich aus historischen Gründen kaum um Schacht handeln. Am ehesten ist an das römische Latruncoli zu denken, welches Martial bereits im ersten Jahrhundert erwähnt und das vom noch älteren griechischen Peteia bzw. Paulus abstammt. Dabei handelt es sich um ein Brettspiel für zwei Personen, bei dem es Ziel ist, die Spielsteine des anderen zu schlagen, das heißt, erst einen zu schließen und dann vom Brett zu nehmen. Der Name verweist auf den kriegerischen Charakter des Spiels, offenbar war es insbesondere bei Legionären beliebt. Mit diesem Spiel also vertreibt sich Rudolf im sicheren Abstand zum Schlachtgeschehen die Zeit bis zum in seiner Erwartung jedenfalls unzweifelhaft eintretenden Sieg seiner Männer, indem er seine Spielfiguren denen der Spielpartners entgegentreibt. Der Speer im Baum ist auf der Grenze vom Heerlager zum Schlachtfeld installiert, so dass er beide Bereiche im Blick hat und mit dem König problemlos mündlich kommunizieren kann. Diese Verrichtung ließe sich so verstehen, als dass er als ein bestellter Augenzeuge zur Bekundung der Wahrheit über die mit vorläufiger Begrifflichkeit Wirklichkeit verpflichtet sei. Der eigentliche Auftrag des Königs an den Speer aber ist es, vom siegreichen Kampf der eigenen Krieger zu erzählen und damit sein Spiel gewissermaßen mit Geschichten aus der Wirklichkeit zu kommentieren. Alles, was das bewegungsarme, agonale Brettspiel abstrahiert, lässt sich der König als Erzählung präsentieren. Ob es sich dabei in den Augen des Königs tatsächlich um eine narrative Konkretisierung eines abstrakten Spiels handelt, mag man bezweifeln, denn üblicherweise ist nämlich nicht vorgesehen, dass Könige beim Brettspiel verlieren und wenn dies doch geschieht, muss jemand dafür mit dem Leben bezahlen. Daher scheint es auch ganz typisch, dass Rudolfs Spiel Gegner gar nicht erwähnt wird. Es gibt ihn im Prinzip in der Logik agonale Auseinandersetzung, an der ein König höchstpersönlich beteiligt ist, gar nicht. Aufgrund dieser Spielregel, die traditionell zum königlichen Spiel in der Literatur gehört, ist der Fiktionalitätskontrakt zwischen Spiel und Wirklichkeit von vornherein immer schon brüchig, und gleichzeitig garantiert dies dem Herrscher stets eine Siegeskoinzidenz von Spiel und Schlacht. Der Umstand, dass Rudolf überhaupt ad tabulam ludet, kann als ein Ausdruck der Vorwegnahme dieses sicheren Sieges gelten. Dieser Spielregel hat sich unter Androhung des Todes auch der Speer zu beugen. Er ist der eigentliche Gegner im Spiel mit dem König, weshalb er eben nicht wirklichkeitsgetreu berichten darf, wenn das Heruler Heer droht zu unterliegen. Der Mann ist somit nicht auf die faktische Wahrheit verpflichtet, sondern auf die Einhaltung der Regeln des königlichen Spiels. Der Speer im Baum ist eben nicht etwa deshalb notwendig, weil der König zu Hause geblieben oder also vom Kampfplatz entfernt gewesen wäre, sondern weil er sich in unmittelbarer Nähe des Schlachtgeschehens gezielt der Wirklichkeit entzogen hat. Der Mann im Baum ist daher auch nicht eigentlich ein Bote. Dennoch würde man gewöhnlich den Auftrag, die Schlacht zu beobachten und von ihr zu melden, mit authentischer Rede verbinden, worauf das Botenamt verpflichtet ist. Stefan Müller weist in diesem Zusammenhang auf den prekären Status des Botenamts-Trägers hin, der mit dem des Speers im Baum durchaus vergleichbar ist. Das Gleiche trifft die Rolle des Augenzeugen. Interessant ist der Vergleich mit dem Botenamt vor allem insofern, als dass im beschriebenen Fall Absender und Adressat zusammenfallen, zwischen denen traditionell die enge Bindung darin besteht, dass er Bote die Macht des Herrschers symbolisch zu repräsentieren hat. Authentische Rede, das heißt die vom Absender an den Adressaten aufgetragenen Nachricht und wirklichkeitsgetreue Wahrheit aus der subjektiven Beobachtung stehen dabei in Konflikt. Die Rolle des Speers bleibt ontologisch ambivalent, wie das Spiel selbst. Der sichere Rückzugsort, an dem Rudolf die Nachrichten von der Schlacht empfängt, ist jedoch nur virtuell, sozusagen im Rücken der Wirklichkeit installiert. Der Mann im Baum ist das Medium, mithilfe dessen sich der König die stete Koinzidenz zwischen Schlacht und Sieg bestätigen lässt. Man kann ihn quasi als eine Art Simultanübersetzer von der Wirklichkeit in die Spielwelt verstehen. Ein Übersetzer vom wirklichen Geschehen in die Sprache der vereinbarten Regeln des Spiels. Als Medium steht der Späher zu seinem Leidwesen aber nicht außerhalb des zu vermittelnden, sondern ist sowohl Teil der Wirklichkeit, an der er als Augenzeuge partizipiert und in der er schließlich, vermutlich, durch die Langobarden das Leben verliert, als auch Teil des Spiels, insofern er bei seinem Leben nach den Regeln mitspielen muss. Ein tödliches Dilemma. Befolgt er der Spielregeln? Stirbt er durch die Schwerter der Langobarden, mitsamt seinem König und dem Heer? Bricht er die Spielregeln? Stirbt der unglückselige Späher auf Befehl des eigenen Königs? Das ist so, weil Rudolf in seiner Verblendung zwischen Wirklichkeit und Spiel keine Unterscheidung macht, der Sieg beim Brettspiel, zu dem er durch seine Königsherrschaft prädestiniert ist, mit dem Sieg in der Schlacht auf Befehl zu koinzidieren hat. Dazu hat er einen Grund. Die Erfahrung hat ihn in der Vergangenheit, so betont es Paulus gelehrt, die Chiruler gewinnen immer und, als wären sie vor aller ernster Verwundung sicher, als wäre ja gar alles ein Spiel, in dem man nicht sterben kann, kämpfen sie nackt. Weil Rudolf in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wirklichkeit sicurus ad tabulam ludet und sich blind stellt gegenüber der Wirklichkeit, ganz wie sich seine Krieger ungeschützt den Verwundeten Schwerthieben darbieten, nur medial durch einen Erzähler verbunden, dessen fiktionale Rede er selbst autorisiert hat. Sterbende Chiruler und ihr König an den Folgen eines fatalen Irrtums. Das Spiel ist nämlich ontologisch ambivalent, da es sich in einer Sphäre des Zwischen ansiedelt, in dem es in jeder seiner Operationen immer auch Verweisungen auf die gleichzeitig existierende reale Realität mit sich führt, aber dabei nur so tut, als ob und vom Endgültigen des Lebens letztlich völlig unbeeindruckt bleibt. Jedoch, das Verweisungsverhältnis funktioniert nur in eine Richtung. Man kann Wirklichkeit zwar spielen, aber die Wirklichkeit wird deshalb nicht zum Spiel. Paulus Diakonos berichtet, natürlich, wahrheitsgemäß, vom Sieg der Langobarden gegen die Chiruler über die Bande eines Spielbretts, nicht nur indem er von einem spielenden König erzählt, sondern auch ganz nebenbei, wie man das macht. Von ihm erzählt man nämlich genau so. Er gewinnt immer oder es rollen Köpfe. Die Erzählung vom Brettspiel flankiert Paulus Diakonos in seiner Historia Langobardorum und zwei weiteren Szenen, die zeigen, dass die Chiruler gewissermaßen den Kontakt zur Realität verloren hatten. Bei der Flucht gerieten nämlich einige, wohlbemerkt nackte Krieger, in ein Flachsfeld, das sie für ein wogendes Meer hielten, welches sie zu durchschwimmen vermöchten. Bei dem scheiternden Versuch werden sie von den Langobarden erschlagen. Der Schlacht geht außerdem die Szene voraus, in der Rudolfs Bruder von Robert Ruder getötet wird. Dieser glaubt, sie wolle ihn wegen seiner hohen Stellung ehren, als sie das Fenster hinter ihm mit einem kostbaren Wandteppich verhängen lässt. Als sie das Zeichen gibt, durchbohren ihre Männer den Sorglosen von hinten durch das offene Fenster mit Speeren. Insbesondere diese Begebenheit hat signifikante Parallelen zum Brettspiel. Wie Rudolf lässt sich sein Bruder, der an der gespielten Unterwürfigkeit der Frau nicht zweifelt, mit dem Rücken vor einer Grenze nieder, hinter der der grausame Tod lauert. Diese prekäre Grenze zwischen rituell friedvoller Geselligkeit beim Wein, die mit der Gefahrlosigkeit beim Spiel korrespondiert, und lebensbedrohlicher Gewalt, wird kaschiert durch die Ehrbezeigung, die der Königsbruder als seinem Stand angemessene Unterwerfung beanspruchen kann. Ganz, wie sich Rudolf seine eigenen Spielregeln schafft. Blind für jeden Argwohn gegenüber einer anderen ausgeblendeten Wirklichkeit finden beide den Tod, als die Feinde mit ihren Waffen durch die fragile Grenze brechen. An der Art, wie Paulus vom Spielen eines Königs erzählt, die als typisch gelten darf für das literarische Spielen in der Vormoderne, lässt sich ablesen, wie weit es entfernt ist von einem allgemeinen, kulturgeschichtlich fundierten Spielbegriff oder gar dem metaphorischen Spiel der Philosophie, von dem wir im vorhergehenden Screencast dieser Reihe gesprochen haben. Demnach wären Spielregeln, denen sich die Spielenden freiwillig unterwerfen, dazu da, künstlich Gleichheit zwischen den Spielenden herzustellen und das Spiel so zu strukturieren, dass es so weit offen bleibt, dass ein ungewisser Ausgang garantiert bleibt und, soweit geregelt, dass es unter gleichen Voraussetzungen wiederholbar ist. Der Tod der Spielenden ist dabei nicht vorgesehen, vielmehr ginge in dem Fall, jedenfalls nach verbreiteter Ansicht, das Spiel in Wirklichkeit über. Es wird noch zu diskutieren sein, dass dies bisweilen von Spieltheoretikern, am extremsten von Georges Batey, auch anders gesehen wurde und auch literarische Autoren erzählen besonders gern vom Tod der Spielenden, nicht nur Paulus, der auf diese Weise seine Häme gegenüber den Herulern ausdrückt. Auch die moderne Literatur kennt dieses Motiv, man denke nur an Arthur Schnitzlers Tod im Morgengrauen. Hier wie dort wird jedoch die Kalkulation des Spielertodes die Grenze zwischen Spiel und Nichtspiel thematisiert und problematisiert. Das Motiv vom Königsspiel, das unter gänzlich anderen Voraussetzungen jedoch seine Umkehrungen mit sich führt, darf als Ursprungsmythos jedes mittelalterlichen Erzählens vom Schach gelten, das ins Leben kam, noch bevor die Spiele überhaupt erfunden wurden.